Wollt ihr Spaß? Absolut! Dann freut euch auf die Disneytime bei Kabel 1. Da wird's garantiert nie langweilig mit Klassik-Kartons, 101 Dalmatina, Hercules, Heizan, Ariel die Meerjungfrau, Lilo und Stitch, und die Dinos. Bin da! Wer noch? Alle eure Lieblingsstars in der Disneytime! Nächsten Sonntagvormittag wieder bei Kabel 1 Kabel 1 Austria Darf ich dir ein Foto verschicken? Sicher. Kein Problem. So. Nein, ich rufe jemanden an und dir sagt's was, okay? Nein, ich mag lieber Videofonieren. Darf ich dich filmen? Manchmal wird mir das einfach alles zu viel. Wieso? Kostet ihr alles 0 Cent? Das wünsche ich mir auch. Alles um 0 Cent. Telefonieren, Videofonieren, SMS, MMS, mobiles Internet. Nur bei 3. Verrückt nach Fisch ist Frederik. Sogar im Bad sucht er sein Glück. Von vollen Nepfen Fisch träumt er. Mit ganzen Stücken bitte sehr. Kaum ist die Badewanne leer, wird er am liebsten hinterher. Neu. Whiskas Mh. Mit ganzen Stücken Fisch. Warum spioniert Jenny ihre Nachbarin aus? Weil Anna die neue Tassimo hat. Mit Tassimo kann sie eine Vielzahl an köstlichen Eisgetränken zubereiten. Cappuccino mit feinem Milchschaum. Heißen Kakao. Espresso und Tee. Und Kaffee Crema. Jenny ist entsetzt. Kaum hat Anna Tassimo, kriegt sie schon jeden Handwerker. So ein Biest, diese Anna. Perfekter Genuss. Tassimo. Jetzt entdecken Katzen etwas völlig Neues. Das SmartPak. Einfach in die Katzentoilette legen. Fertig. Das extra saugstarke Mikro-Vlies schließt Flüssigkeit sofort ein. So bleibt die Streu spürbar länger trockener. SmartPak. Neu von Katzahn. Geschmäcker sind verschieden. Aber nur einer kann der Beste sein. Wie zum Beispiel das feine Rotkraut von Iglo. Ist was gescheit. Mahlzeit. Wenn der größte Winterspaß plötzlich zur Nebensache wird, dann kann es nur am leckeren Cäsar liegen. Weil kleine Hunde die größten Genießer sind. Cäsar aus Liebe zueinander. Gäste. 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 Du bist der nächste Drachenreiter. Du bist der einzige, der uns retten kann. Der Drachenreiter ist auserwählt und das Abenteuer beginnt. Eragon im Kino. Entdecken Sie die neue Kollektion Le Kübe von Nespresso. Nespresso, was anderes? Sonntag. Freut euch auf eure Lieblingshelden. X-Man, Biedermann, Super Robot Monkey Team Hyper Force Go und Flint The Time Detective. Und aufsitzen! Jettix. Immer Sonntagvormittag bei Kabel 1. Es wird sowas von himmlisch. Ich bin dabei. Jettix. Schluss mit Langeweile. Absolut. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Freut euch auf Klassik-Cartoons. 101 Dalmatina, Herkules, Tarzan, Ariel die Meerjungfrau, Milo und Stitch und die Dinos. Bin da, wer noch? Alle eure Lieblingsstars in der Disney-Time. Immer Sonntagvormittag bei Kabel 1. Der Countdown hat begonnen. Was immer ihr auch gerade tut, lasst alles stehen und liegen. Denn jetzt gibt es mehr Überraschungen. Mehr Action, Spaß und Spannung. Und viele Dinge, über die ihr lachen könnt. Und weinen. Verlass mich nicht! Robot Boy. Die brandneuen Folgen. Ab 6. Januar um 9.50 Uhr. Gleich nach Ben 10 bei Kabel 1. Wenn der Winter Einzug hält. Es wird kalt werden. Und es wird kalt werden. Braucht die Seele kräftige Kost. Wollen wir? Okay, jetzt ist Schott. Wenn mögliche Vorbereitungen sind, geht drauf. Mach dir nicht in die Hose. Filme, die Erinnerungen wachrufen. Ich erlebe einen und denselben Tag immer wieder. Filme, die uns berühren. Ich bin nicht der, den du zu kennen glaubst. Filme, die unter die Haut gehen. Und uns den Atem hauen. Es wäre doch einmal eine Abwechslung von der ständigen Hausarbeit. Die besten Filme aller Zeiten. An Weihnachten. Bei Kabel 1.